So, meine Damen und Herren, dann bitte rein in die gute Stube. Ab sofort verfügbar. Guten Tag. Sag mal, hast du noch Geld? Was du tust, heißt... Hast du getrunken? Ja, klar. Dann darfst du nicht mehr Auto fassen. Warum ist sie doch gefahren? Sie darfst nicht fahren. Du bist so sexy, wenn du blöd bist. Halt die Klappe. Ich zieh zum Papa. Da wäre eine Sache. Willst du den Mann gucken? Das ist doch ein Scheißhaus. Das ist ein Scheißhaus auf Rädern. Kannst du mit Hannah kämpfen fahren? Ich fahr nicht kämpfen. Wir haben uns auch noch unterhalten, ne? Kannst du doch mit mir schreiben. Hast du jetzt ein neues Handy? Ja, ich schreib dir. Wenn wir nebeneinander pinkeln, schreib ich dir. Fahr doch. Wie viel Platz ist denn da noch? Fünf Meter. Fahr. Ja, acht, fünf Meter. Das ist ein Bonn. Der ist mindestens so alt wie ich. Hast du jetzt gewachsen, oder was? Hey. Das ist Otto. Das ist mein Freund. Ist das jetzt eine exotische Phase, oder was? So, ihr Tutel-Täubchen. Glaubt doch wohl nicht, dass ich euch hier alleine lasse. Dann kann ich schön nächste Woche die Abtreibung bezahlen. Ja, ich würde ja ausrasten, wenn meine Tochter mit Nea zusammen ist. Frau Arben. Das ist ein Deutscher. Claudia. Wird das deine Frau? Ex-Frau. So eine Ex-Frau hätte ich auch gerne. Oh, Bongini. Bongini. Das ist unser Flüchtling, ja. Ich schlaf mit dem Flüchtling im Auto. Tschüss. Tschüss. Hast du Lust auf einen Ausflug? Ausflug? Wie lange willst du das denn jetzt noch machen? An meiner Tür kratzen? Bist du aufwacht? Thomas. Und deine Tochter soll mit dem Flüchtling vögeln und kriegt von deinem obdachlosen Ex-Mann Gras zum Geburtstag? Wirst du, was Frauen am meisten mögen? Den Lachen entverlieren. Also, was soll das mit diesem Affentheater hier? Hab ich gewonnen auf dem Rummel. Wer bist du? Toni Erdmann. Wer ist Toni Erdmann? Wird du, was soll das mit dem Lacheniß? Charlie Wiemers Jungen Ohne